Ich finde es wunderschön nach Feierabend an die Mursel zu fahren, da aufs Boot zu gehen. Ich kann abschalten und fühle mich dann ein Stück weit wie im Urlaub. Plastikmüll ist ein globales Problem und wir bieten Lösungen dafür. Die Anfragen kommen weltweit. Wir geben dem Kunststoff ein drittes oder sogar viertes Leben. Die Vision ist glaube ich von Anfang an, dass wir einfach die Umwelt mit unseren Produkten ein Stück besser machen. Rheinland-Pfalz verbindet für mich zum einen eine sehr schöne Natur und viele weltmarktführende Unternehmen.